3, 8, den Nieder Ey, battle auf ner Wiese, es wird ins Gras gebissen Denn die will ich bitte einer von diesen anderen ficken Die sich beschweren über Ginnungszeit bei der Wochenfrist Fangt zwei Tage vorher an und werdet euch trotzdem locker kickt Denn euch beseh' ich doch allein durch meine Technik Weil eure Zeit im Endeffekt dann nicht mehr als Dreck sind Texte ohne Gegnerbezug sind doch scheiße seit 2010 Absache du fucking Opfer wirst dennoch weiter gesehen Von Leuten, die sich auf Discord aufführen wie bei Mitten im Leben Warum sich, wenn's wer im Battle bringt, über Leaks zu beschweren Ey, ich glaub, du Opfer checkst es nicht Das ist kein Leak, den du postest, die Scheiße öffentlich Mama, mach euch weiter, doch dann werd ich dein Turnier beenden Denn alles, was du sagst, kann und wird gegen dich verwendet Junge, ich chill mein Leben und kick nebenher auf Dann sei mal ehrlich, wann hast du jemals den Keller verlassen?